hallo ich werde ganz ganz oft gefragt wie reinigst du wie kriegt man blut weg welchen reiniger verwendest du deswegen habe ich mir überlegt dass ich heute mal was vorbereitet oder ich habe heute was vorbereitet ich lasse euch da mal einem experiment sozusagen teilhaben schaut euch mal an das ist mega interessant und faszinierend zugleich also dranbleiben jetzt geht's los ja wenn man dem tatortreiniger folgt dann muss man damit rechnen dass man auch blut sieht in dem fall habe ich jetzt mal echtes blut organisiert und zum anderen habe ich wasserstoffperoxid im blut sind enzyme enthalten das sind zum einen die hydrolase und das ist die desmolase und bei der desmolase ist es gibt es die sogenannte katalase und die macht eins die zersetzt dieses wasserstoff peroxid in wasser und in sauerstoff und das hat zur folge dass folgendes passiert wenn ich jetzt wasserstoffperoxid nehme und dem blut sozusagen beifüge dann fängt das an zu schäumen das ist für uns ein guter indikator weil wir dadurch wissen dass blut da ist wenn wir zum beispiel fugen haben oder wenn wir ritzen irgendwo haben wo das blut rein gesickert sein könnte durch einen sturz oder durch ähnliches dann können wir damit feststellen okay es sind noch organische stoffe da und wir können so lange wasserstoffperoxid auftragen bis es nicht mehr schäumen denn dieser prozess dieses schäumen ist zum einen für uns wie gesagt der indikator und es entzieht dem blut die farbe und daher wissen wir irgendwann okay es schäumt nicht mehr und es ist der prozess beendet es ist kein organischer stoff mehr da ja das wasserstoffperoxid da wenn wenn man das hört dann denkt man sofort an die wasserstoff blondine beim friseur wird wasserstoffperoxid auch verwendet natürlich nicht in der form wie wir es hier machen sondern dort ist es nur eine geringe prozentzahl und wir haben jetzt hier in dem fall zum beispiel 19 prozentiges wasserstoffperoxid und je nachdem wo wir uns befinden welche welchen gegner wir sozusagen gerade haben dann kann das in der in der stärke variieren oder wir nehmen halt dann auch ein ganz anderen reinigungsmittel ein ganz anderes reinigungsmittel das ist zum beispiel wenn hirnflüssigkeit da ist oder oder fette dann nehmen wir zum beispiel gar nicht wasserstoffperoxid das ist wirklich ein mittel dass wir bei blut einsetzen und deswegen ist das ziemlich interessant ja ich hoffe das war auch jetzt für euch interessant und es hat spaß gemacht dazu zu schauen bleibt weiter dran bleibt alle schön gesund bis zum nächsten mal